Sprache bildet Brücken zwischen Menschen. Sprache kann aber auch eine Barriere zwischen Menschen sein, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, die unterschiedliche Sprachen beherrschen oder auch zwischen jenen, die innerhalb ihrer eigenen Sprache unterschiedliche Fachsprachen verwenden. Wir in der translationswissenschaftlichen Forschung und Praxis helfen, diese kommunikativen Brüche zu identifizieren und zu überwinden.